Wow, ein neuer Filter! Was passt zu mir? Ein Burger? Oh, ich muss eine Diät machen! Ich will schlank und schön sein, wie Angelina Julie. Ich glaub, eine strenge vegane Ernährung ist der richtige Weg. Aber ich bin mir nicht sicher. Mädels, wer will ein paar Pommes? Ich will noch einen Burger. Ich hab den zu schnell verputzt. Der ist so lecker. Und die Nuggets schmecken mega gut. Und ich esse einen Apfel. Oh, ich werd nicht aufgeben. Macht ruhig weiter. Angelina, bitte, gib mir Kraft. Christi, ernährst du dich immer noch vegan? Wie läuft die Diät? Oh, frag lieber nicht. Und hier kommt Miss Burpool. Was ist das? Ein Happy Meal? Oh, wie lecker! Wickel dein Happy Meal Box Layout in rotes Kunstleder ein. Und schneidet Griffe aus gelbem Schaumgummi aus. Verbindet die Kanten und stellt die Box zusammen. Zeichnet dein Happy Meal Logo auf einen Schaumgummi-Kreis. Benutzt dann Acrylfarbe. Klebt das Logo auf die Box. Miss Burpool nimmt ihr Smartphone aus ihrer ungewöhnlichen Handtasche raus. Und auch Pommes! Und jetzt schreiben wir einen Test. Schärf gelbe Kreide, damit ihr Pommes erhaltet. Macht verschiedene Größen. Füllt eine Mini-Schachtel damit. Ich halluziniere schon. Das ist nur Kreide. Ich würde jetzt so gerne Pommes essen. Mh, Cola! Oh ja, eine erfrischende Cola-Dusche wäre ein Traum. Die Cola ist auch schön kühl. Ach nein, wo ist die Cola? Drück dein Coca-Cola-Logo aus. Schattiert die Rückseite mit einem Bleistift. Legt das Logo auf einen Schaumgummistreifen. Verfolgt die Konturen des Logos. Schneidet das ausgedruckte Logo vorsichtig aus. Klebt die Schaumgummibuchstaben auf einen roten Schulbecher. Christi, geht's dir gut? Brauchst du einen Stift? Oh je, ich brauche Zucker für mein Gehirn, damit ich besser denken kann. Ich werde jetzt eure Tests überprüfen. Vergiss den Unterricht. Heute gibt es keine Tests. Wer hat leckere, würzige Tacos bestellt? Viva Mexico! Burritos und Mojitos! Yay! Danke für die Lieferung! Mmm, yum, yum! Ihr braucht ein rundes Stück Filz. Wir haben die Farbe gelb genommen. Schneidet ein rechteckiges Loch aus. Klebt ein Federmäppchen so ein, dass das Loch zum Reißverschluss passt. Formt den Filz, damit ihr ein Tortilla erhaltet. Stellt auch Salat aus grünem Schaumgummi her. Ihr braucht braunen, gelben und roten Fimo. Hackt braunen Fimo, damit es wie Hackfleisch aussieht. Aus rotem Fimo könnt ihr Tomatenscheiben formen. Und aus gelben Fimo Mais. Legt die Salatblätter zwischen das Federmäppchen und den Filz. Beschichtet den Boden mit einer Fimo-Fleischschicht und klebt es an. Bestreicht es mit Acrylfarbe. Er stellt mit Acrylfarbe eine Tortillatextur. Klebt Tomaten und Mais auf das Hackfleisch. Christi sieht schon wieder essen. Aber Mr. Plumper hat Mr. Burpool gerade ihr Federmäppchen zurückgegeben. Ich glaube, ich fange an, nach dem Entzug von Kohlenhydraten zu halluzinieren. Muss ich jetzt unbedingt eine Diät machen? Ich habe so einen Hunger. Ist das ein Hähnchenschenkel? Oder doch nicht? Das kann nicht sein. Es ist nur ein Bleistift. Ich glaube, ich werde langsam verrückt vor Hunger. Legt dein Bleistift in Fimo ein. Formt dein Hähnchenschenkel. Lasst es vollständig aushärten. Färbt es mit Acrylfarbe, damit es realistischer aussieht. Megan, kann ich mir deinen leckeren Hähnchenschenkel ausleihen? Äh, den hier? Christi, bist du nicht auf Diät? Ich habe einen Selleriestift, damit du deine Diät einhältst. Mach deinen langen Stiel aus Fimo. Schneide den Überschuss ab. Wickele deine Stiftmine ein. Befestige dann einen Zweig für ein Blatt. Füge deine Textur mit deinem Modellierwerkzeug hinzu. Und formt Sellerieblätter. Befestigt sie dann am Stiel. Backt es kurz im Ofen. Bestreicht es mit Acrylfarbe, damit es echt aussieht. Oh, danke. Äh, der Stift ist zwar toll, aber ein Hähnchenschenkel ist leckerer. Willkommen in unserer Galerie für moderne Kunst. Ihr werdet auch machen, was es hier für tolle Gemälde gibt. Es ist auch spirituelle Nahrung für euer Gehirn. Eine Karotte zum Frühstück reicht natürlich nicht. Ich will kein spirituelles Essen. Ich will richtiges. Rollt Fimo zu einer dünnen Schicht aus. Schneidet ein Dreieck aus. Biegt es, um Tortilla-Chips zu formen. Erhitzt sie mit einer Heißluftpistole. Benutzt dann die Farbe Orange. Misch die Farben mit einem Wattestäbchen. Füge deine Textur mit einem Wattepad hinzu. Tragt jetzt Kleber auf die Rückseite auf. Befestigt einen Magneten. Hier sind leckere Tortilla-Chips. Sie sehen zum Anbeißen aus. Christy, was machst du? Äh, ich schaue mir nur die Chips an. Bäh, moderne Kunst ist nichts für mich. Christy, du bist in der Zeitung. Eine hungrige Schülerin, die versucht, ihren Hunger mit Kunst zu stillen. Miss Burpool, wir hätten stattdessen in ein Café gehen sollen. Endlich Pause. Ich werde meine Ernährungserfolge in mein Notizbuch schreiben. Also, ich mache schon seit zwei Stunden eine Diät. Formt eine Zitronenscheibe aus Fimo. Formt Chili-Schoten und Knoblauchzehen. Geschichtet ein Notizbuch mit blauer Acrylfarbe. Klebt deinen Strauch auf. Mach dein Stillleben aus Zitronen, Chili-Schoten und Knoblauchzehen. Fügt auch Gewürze und grobes Salz hinzu. Sowie Pfefferkörner und Zitronensamen. Ich mache schon seit zwei Stunden eine Diät. Ups, habe ich das tatsächlich laut gesagt? Gib einfach nicht auf. Das ist so peinlich. Ich habe den ganzen Tag Äpfel und Karotten gegessen. Es klingelt endlich. Was ist das? Oh Mann, ein leckerer Burger. Sieht etwa niemand diesen köstlichen Burger, der an der Wand hängt? Was? Es ist nur die Glocke. Endlich! Freiheit! Auf Wiedersehen, du ekliger Salat. Ich will dich nie wiedersehen, Sellerie. Weine nicht um mich, grüne Apfel. Versuch mich nicht zu finden, Brokkoli. Ich bin im Paradies. Nur Burger. Nur Cola. Nur Fastfood. Ich beginne ein neues, freies Leben. Oh, hallo. Das ist der Donut meiner Träume. Moment mal. Ich esse zu viel Süßes. Was wird der Sportlehrer von mir denken? Beginnt Miss Miss etwa auch eine Diät? Ich schenke dir dafür diesen Donut Organizer. Schneide zwei Donut Vorlagen aus Pappe aus. Schneide deine Papprolle in zwei Hälften. Und klebe die Hälften zwischen die Kartonschablonen. Deck die Seite mit einem Pappstreifen ab. Lass dein Loch für die Schuhe sachen. Färb die Pappe mit Acrylfarben. Und schneide die Glasur aus Schaumgummi aus. Fülle Schaumgummistreuse hinzu. Und die Mitte des Donuts. Dreht den Donut dann um. Und füllt ihn mit Schulsachen. Miss Miss will wohl jetzt auch abnehmen. Aber sie wird von Donuts verfolgt. Wer kann dieser Donut Organizer? Heißt das? Ich soll einfach nachgeben. Aber Miss Miss ist stark. Sie wird diesen Donut bestimmt nicht essen. Miss Miss hat eine Pizza bestellt. Aber wir dürfen in der Schule nichts essen. Das ist ungerecht. Geben sie mir diese Pizza Miss Miss. Es gibt keine Pizza. Nur Büroklammern. Rollt Fimo zu einem Kreis aus. Befestigt auch den Pizzarand. Formt den Fimo zu einer dünnen Schicht. Und macht Käse daraus. Legt Kreise aus rotem Fimo darauf. Das soll die Salami sein. Macht auch Olivenringe aus schwarzem Fimo. Und Peperoni aus grünem Fimo. Bestreut die Pizza mit Fimo-Krümeln. Das sollen die Gewürze sein. Schneidet die Pizza in fünf Stücke. Und backt es dann gemäß der Anleitung. Benutzt Acrylfarbe für die Soße. Klebe Büroklammern auf die Rückseite der Stücke. Pizza-Büro-Klammern? Coole Idee. Ich nehme mir auch ein Pizzastück für mein Notizbuch. Wie fandet ihr unsere ungewöhnlichen Schulsachen? Schreibt uns, was ihr nachmachen würdet. Ein Hähnchenschenkel, Tortilla-Chips-Magnete, ein Cola-Schulbecher oder eine Happy-Meal-Box. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst doch ein Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Drückt auch auf die Glocke.